Und Folge 2 mit unserem Nahkampfjäger steht an... Wo kommt ihr denn her? Meine Fresse, ich wollte gerade anmoderieren, Mann. Naja, egal. Folge 2 mit unserem Nahkampfjäger steht an... Wir müssen einen weiteren Stützpunkt erobern, um da den Quest für den guten Courtman weiter voranzutreiben. Genau genommen, um Informationen zu sammeln. Ihr könnt jetzt natürlich... Ah ne, ich gewöhne mich noch ein bisschen an den Nahkampf, indem ich hier noch ein bisschen rumlaufe. Und nicht zu Pferde reite. Was ist das für ein komischer Weg? Was ist das für eine Wegführung? Egal. Jetzt sind hier auch gar keine Mobs zum Üben. Was ist das? Ein Vogel, alles klar. Oh, da ist ein Quest, den nehmen wir mit. Halt, hier geblieben. Ich bin unterwegs nach oben. Ja, du bist unterwegs, wohin ist mir egal. Oh, guck mal, das ist gleich der Quest. Huch, wen haben wir denn da? So, weg ruhig. Naja, das geht ganz gut. Auch so einen Überfall kriegen wir gebacken. Wer ist das hier eigentlich? Wissen wir nicht. Ich muss sagen, als Fortbewegungsmittel finde ich diesen Schattenschritt gar nicht mal so doof. Vor allem holt der einen aus eventueller... Oh, warte mal, was ist das? Nein, der Verbindung. Aha. Das ist ja toll. Dann können wir mal ganz kurz hier aufräumen. Sollte ich hier was machen? Nee. Ich muss einfach weiterlaufen. Okay, okay. Ritzel, böse Hundis. So. Da ist der nächste Quest. Ist das auch ein Schrein? So, schön farmen. Was haben wir hier? Nichts. Häcksel, Häcksel. Alles sehr schön. Der liegt ja noch. So, warte mal. Was sollen wir hier machen? Jetzt stehen wir... Ich kann nicht zulassen, dass mein kleines Baby schwächer wird. Nein, nein. Und nichts anderes hat geholfen. Nun mach hin, ich muss zu einem Außenbosten. Ach so, das war schon. Ähm. Na, können wir den eigentlich auch noch gleich mitnehmen hier? Weil ich schon in der Nähe sind. Unterwegs noch ein bisschen farmen. Haha. Der Bär muss auf jeden Fall weg. Zumindest mein gefroren werden. Da haben wir noch ein Brüdelein. Weg den Bären, Böder Bären. Ich bin noch nicht bereit. Na, der hat mir ein bisschen Hauer gekriegt. Das ist ein bisschen schön. Häcksel, Häcksel. So, was ist das da? Äh, nee, oben brauchen wir nicht. So, warte mal. Was soll man hier machen? Ich kann es nicht machen. Nicht, wenn ich weiß, dass es helfen wird. Komm zu Forte. Ich will nicht einsetzen, mit meinem Baby beim Sterben zu sehen. Ah, da ist ein Schatzgoblin. Da ist ein Schatzgoblin. Ich muss den Schatzgoblin. Hahaha. Au, nein, nein. Ich muss an den Schatzgoblin ran. Hier, hinterher. Hinterher. Hier geblieben. Bleib hier. Zip. Eingefroren. Hahaha. Nein, nein. Ich muss zu dem Schatzgoblin. Hier geblieben. Wo ist er hin? Hier geblieben. Boah, wie der mich nervt. Wie der mich nervt. Eingefroren. Haha. So, erwischt. Und was hat er dabei? Nüßt. Super. So, was haben wir denn da? Eine Tracht und irgendwas anderes. Ähm. Boah. Oh, Rüstung ist immer gut. Aber keine bessere Waffe. So, äh. Wohin wollte ich jetzt eigentlich? Ich will da jetzt eigentlich gar nicht... Ach, wobei, komm. Da ist ein Wegpunkt. Nehmen wir den auch noch gleich. Häcksel, häcksel. So. Ein Amethyst. Das war eigentlich alles gar nicht geplant. Ich wollte eigentlich zu dem... Naja. Zack. Das werfen wir auch noch kurz ein. So. Wir holen uns erstmal den Wegpunkt. Zip. Und wir holen uns den Quest. Wenn ihr hier Heilung sucht... Ne, das ist gar nicht der Quest. Äh, das ist der Quest. Sie sterben. Wie sieht's denn eigentlich mit meinem... Ah, wir arbeiten uns drauf. Wir arbeiten uns drauf hin. So, jetzt haben wir hier tonnenweise... Ich wollte doch nur den... Außenposten erobern, Mensch. Können ja alle so schwer sein. Ich fühl mich gar nicht gut. Ja, dann hör auf zu saufen. So, nochmal eins und zwei. Jetzt sind die zwei hier noch. Und... Ihn hier noch. Oder es hier noch. So, das wird dieses. Dann können wir auch nochmal... Naja, ist ja auch nicht schlecht. Können wir nochmal ein bisschen... Egal. Warte mal, da ist der nächste Quest. Beziehungsweise das dürfte der Abschluss sein. Tut mir leid, Kleiner. Ich versuche dagegen anzukämpfen. Ja. Sucht auf den Scheiterhaufen des letzten Feuers. Es geht weiter. Wir kommen... Wir kommen da nicht an. Warum sollten wir noch ankommen? Man komme bald zu. Was soll ich hier suchen? Ich suche. Elex hier der Eisenhaut nehmen wir auf jeden Fall mit. Das erhöht nämlich sehr schön die Rüstung. Da ist die Leiche. Ne, das war sie aber noch nicht. Irgendwo muss hier noch eine rumlümmeln. Durchsucht die Scheiterhaufen nach Leichnamen. War schon richtig, aber... Da? Nein. Vielleicht ihn hier anquatschen. Nein. Nur hilft zu faseln. Irgendwo muss hier noch eine Leiche rumliegen. Da, Menschen. Ich habe Aldara gesagt, dass ich nicht mehr mitspiele. So. Da ist der nächste Quest. Ich werde wahnsinnig. Ich will eigentlich nur hier hin. Sie hat mich getötet. Ist okay. Warte mal. Jetzt soll ich hier noch... Hier. Er ist der Bruder unserer. Jetzt rennt er weg. Ich kann einfach mal hinterher. Keine Ahnung, wo er hin will. Will ja eh zu dem Quest da. Der alte Quatschkopf, wo ist der jetzt hin? Ne, da unten, da, da geht jetzt nicht hin. Das kannst du knicken. Ich nehme jetzt hier noch den einen Quest an. Und dann soll es das hier erstmal gewesen sein. Dann gehen wir wirklich dann zum Außenposten, wo ich dann sterben werde. Hm, was ist Heilkräuter? Ja, nein. Was ist das? Nein. Soll irgendwas irgendwo reinschütten. Ich schließe die Augen und schon bin ich wieder dort. Nadel in meiner Haut. Sehr gut. Ja, ja, du machst das toll. Halt die Güschen. Hallo, ihr Kühe. Das machen wir jetzt ein andermal. Ich bin jetzt heiß auf diese... Tee. Sie muss in den hungernden Sumpf gegangen sein. Ich bin jetzt heiß auf die... Auf das Sterben. Was ja nicht schlecht ist, weil wir wollen ja... Wir wollen ja Ruf hier machen. Wobei ich glaube, dass... Häcksel, Häcksel. Schön eingefroren. Sehr schön. Leider wieder da. Aber naja. So. Ein Schädel nehmen wir mit. Zip. Zapp. Zip. Zapp. Böses Bärchen. Dann eben. Und tut. Was ist das da? Leder. Schau, das ignorieren wir mal, das Ding hier. Das ignorieren wir auch mal. Wobei... Ja. So. War schon da? Ne, dauert noch ein bisschen, oder? Ja. Wobei gleich... Hallo, Bräumchen. Sag mal, ist das ein... Ist das ein großartiger? Das ist also... Ne, das ist kein großartiger. Aha. Zip. Also langsam haben wir das richtig gut. Wobei der dann nervt. war das hier. Schwupps. Hier mal kurz hin. Schwupps. Da mal kurz hin. Kommst du aber auch aus dem Töten nicht mehr raus. Wenn du einmal angefangen hast, musst du bis zum Ende durchziehen. Die ganze Geschichte. So, komm mal her. So. Äh, da ist die... So, jetzt kommen wir hier zu dem... Zum Stützpunkt. Jetzt ein bisschen aufpassen. Der Stützpunkt, der kann ja immer etwas haarig sein. Welch eine Hitze. Ach, naja. So warm ist man auch wieder nicht. Okay, Metschel. So, was soll ich machen hier? So. Ähm. Ach so, ja, warte mal. Ich kann mich wieder daran erinnern. Wir mussten hier irgendwas... Oh, das wurde alles hier ver... Genau, das war alles versperrt. Und jetzt mussten wir irgendwie hier, glaube ich, zuerst lang. Und dann... Bin mir nicht sicher. Wie hat das funktioniert? Wie hat das... Schönen... Ich bin hinter dir. Guck mal. So, ah genau. Der hat einen gedroppt. Wer schießt denn hier? Der hat einen gedroppt. Und jetzt mussten wir irgendwie... Ich glaube, einen davon kaputt machen. Ist, glaube ich, egal welcher. Ich bin mir nicht sicher. Aber erst mal den kaputt. So, und jetzt mussten wir hier lang gehen und da den dicken wegziehen. Ich glaube, wenn man da gut in die entsprechenden Paragonfelder reingeht, kann man sich hier gut reißen. So, warte mal. Jetzt mussten wir hier runter und den... Den Boss umbringen, oder? Ja. Vorsicht, 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 Vorsicht. Die Exklusiv-Putzis sind unangenehm. So, erst mal muss der da weg. Sonst bin ich nämlich gleich weg, wie wir jetzt alle sehen. Au. Weg mit dir. Woher Sicht, schön trinken. Juiuiui. So, da ist der Nächste. Schau, sieht gut aus. Schau, das müssen wir jetzt, glaube ich, noch dreimal machen. Aha. Eingefroren. Eingefroren. Wer ballert denn hier? Wer ballert denn hier? So, wir gehen mal da lang. Runter hier, komm. Nein, ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Hau. Sag doch, ich hasse dich. Hau. Hau. So, war's das, ja. Die sind mir als Druide relativ egal, diese kleinen Fuzzis. Aber, ich glaube, so einen Schurken können die One-hitten, wenn ich nicht aufpasse. Ich hasse dich. 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 Ha ha. Da ist sie. Gemetzel. Hau. 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 Wer lebt denn da schon wieder diese Viecher? Ich brauche mehr Zeit. Ach du, ich seh ihn schon. Guter. Wer ist das? Der ist das selber. Der Frost ist ja wieder belebbar. Nein, nicht. So. Unangenehm. Ruf da. Brauchen wir hier. Ne, brauchen wir nicht. Wer hat wen verraten? Au. Au. Hör auf da mit. Wo muss ich hin? Ich sehe nichts. Geschnetzeltes. Ha ha. Ich habe den Verdacht, das wird nicht lange gut gehen, was ich hier treibe. Ich meine, das ist ja ganz nett hier. Mit dem... Ach, geh mal. Geh mal ruhig. Geh mal ruhig sterben. So, was haben wir hier? Nein, da ist schon wieder so ein Sticker. Wo ist er? Da. Zack. Weg, Metzl. Aber ich habe hier jetzt noch nicht... Ach, da unten ist der Typ. Okay, Moment. Aufladen. Äh, wo geht's denn hier? Da. Wo ist er? So, das ist der Nächste. Zack, in die Bohne. Zip. Das ist der Falsche. Das ist der Richtige. Kannst das sofort lassen? Ja. Ich brauche mehr Zeit. So, komm her. Mach dich doch nicht. Bauer. Lass das doch mal hier, dieses Ungeballer. So, der ist tot. Und das kleine Besor ist hier. Noch jemand am Leben, ne, der da? So. Jetzt wird's spannend. Jetzt kommt nämlich der Endkampf, glaube ich. Ja, ja. Das Fleisch wird verkohlen. So, was muss ich jetzt machen? Was muss ich denn jetzt machen? Irgendwas muss ich doch machen. Der ballert hier rum. Und nun? Ach, da oben. Ich seh schon. Ja, ja. Der böse Boss ist ganz oben. So. Nein, jetzt bin ich hier. Schlatz, der ist der Nächste. Lass das, du komische Kiste. Also, das ist ein Ruchlandbogen. Nehmen wir. So, rauf zum Boss. Au. So. So. So, der muss weg. So, dann geht's nämlich wieder. Das wird so. Ich spret das super. Oh, ich muss so los in die Hose gehen. Was ich hier treibe. Zip. Und dahin. der schlüssel gewesen ist der letzte so jetzt kommt der bosch jetzt kommt der oder der endkampf ich bin mir nicht sicher ich hab ein bisschen angst ja ja ich weiß dass der muss kommen wo ist ja da ist ja schützt warum ist er so stark das war das böse geht das noch geht das nein nicht 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 Ich bin hochkonzentriert und mein Problem ist, ich weiß nicht so genau, was ich tue hier. Boah! Hat er das gesehen? Nein, ne? Hat keiner gesehen. Hau! Erstmal die Heiltränke zu mir nehmen. Au Au! Einfährt! Au Au! Wo ist er hin? Na, ich würde sagen, da war die ein oder andere Nahtoderfahrung mit dabei. Ha! Oh Gott, ich muss stabiler werden. Puh! So. Dieses wäre der Außenbrüsten. Meine Fresse, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm. Jetzt müsste ich aber. Lass mal kurz gucken. Jo. Hedda mit Kapsch. So, jetzt können wir hier zu dem Außenbrüsten gehen. Äh. Uah! Wo kommt ihr denn her? Schredder! Der Schwupp ist ja kein Problem, aber der Brust der Hammer war. Oh! 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 Komm her! So, ich wollte eigentlich nur hier... Sag mal. Hier, da wollte ich was angerapschen. Haben wir! So! Zwei hin! Einer im Sinn. Der letzte ist... Wo ist der letzte? Für... Aha! Hier, das ist... Was ist das? Das ist doch garantiert... Ja, das ist doch garantiert ein Dungeon. Warum kann ich nicht an die Truhe? Warte, das funktioniert noch. Ich teleportiere mich mal vorsichtshalber zurück. Irgendwie konnte ich nicht an die Truhe. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht gerade. Also, da habt ihr gesehen, das war schon ein bisschen knapper, ne? Also, da haben wir schon so ein bisschen geknappert. Andererseits wäre das mit dem Fernkampfjäger auch knapp gewesen, weil der hat ja... Der hat böses Aui gemacht. Ähm... Schnellfeuer brauche ich eigentlich nicht. Durchschlagender Schuss brauche ich eigentlich auch nicht. Allerdings Straubklingen, Schnellfeuer, das brauchen wir beides nicht. Also, nehmen wir den mit dem... Äh... Äh... Ja, von mir ist auch das. Das haben wir hier. Eine Kappe. Zwei Kälteinfusionen. Oh! Was hat der Widerstand? Dann würde ich sagen, nehme ich doch das hier. Muss ich nur die Barriere da drauf packen. Kälteinfusion finde ich gut. Was ist dieses hier? Weniger schadlich gegen deine Nähe und gesamte Rüstung ist vielleicht nicht blöd. Anbetracht meiner aufs Maul, äh... Kriegverertigkeiten. Äh... Und das brauchen wir nicht. So! Das sieht doch schon mal ganz nett aus. Ja, wir müssen uns definitiv stabiler machen, sonst... Wird der nicht lange existieren, ja. So! Äh... Wir gehen... Weiter da rein. Hier. Schön Aua machen. 9% mehr mit Schwertern. 15% mehr gegen gesunde Gegner. Finde ich gut. Wäre eigentlich ideal, wenn man dann einen Dolch und ein Schwert trägt, oder? Dann hat man beide Boni. Was habe ich gerade? Ich habe ein Schwert und ein Dolch. Na, das passt ja. Oder? Ist das ein Irrtum? Ich würde sagen, wenn ich beide trage, habe ich die beiden Boni. Ich habe noch einen Punkt. Warum habe ich noch einen Punkt? Wir wissen es nicht. Ähm... Jetzt ist die Frage, welchen von beiden wollte ich nach oben bringen? Den auf jeden Fall. Wir gehen mal von oben nach unten durch. Also, ich wollte auf jeden Fall den nach oben bringen. Haben wir. Äh... Den lassen wir so. Die haben wir auch nach oben gebracht. Ist auch schön. Das haben wir nach oben gebracht. Schadensreduktion, wenn ich mit Dolch bin. Und das hier ist gegen Dots. Ähm... Was haben wir hier noch? Das wollte ich... Die wollte ich die Finger von lassen. Ähm... Hier wollte ich auf jeden Fall noch reingehen gegen gesunde und verletzte Gegner mehr. Aua! Ah, hier wollte ich noch rein. Solange ihr mindestens vier... Mhm... Jetzt steigt eure kritische Trefferchance. Mein Problem ist... Man hat hier halt diese fünf Schatten. Und die werden eigentlich sofort weggehauen. Sobald... Sobald man Treffer abkriegt, ist man da ja mal... Jetzt ist die Frage, ob das was bringt. Jeder aktive Schatten verleiht euch mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Boah... Bestimmt lustig. Hier haben wir glaube ich alles, ne? Ja... Da brauchen wir nichts. Da haben wir auch hier unsere Schadensreduktion. Was natürlich auch nicht schlecht ist. So... Also würde ich sagen... Gehen wir mal hier rein. Mehr Krit für Fusionsfähigkeiten. Und die benutze ich ja sehr gerne. So... Und wie wir uns hier dann um den letzten Punkt kümmern... Das seht ihr dann beim nächsten Mal. Irgendwann muss ich ja mal sterben. Ich sage bisher... Ne, nicht bisher... Bis dahin... Danke fürs Zusehen. Euer Mr. Fleck. Tschüssi! Tmmt! Tmmt! Tmmt!